so leute hier ist das neu halten video wie jeden monat gibt es ein update zum kanal was ist so passiert wir haben crosshead 2021 seit ein paar tagen draußen ich hoffe ihr wart alle beim pre release und habt eure local games unterstützt ich war es nicht kommen wir zum allerersten punkt das ist einmal gewinnspiel herzlichen glück von star für dann kommen wir jetzt gerade mal schnell zum booster so aufgrund von technischen problemen gerade muss das opening so stattfinden das tut mir leid aber ich hoffe du freust dich trotzdem über deinen booster gucken was wir drin haben mutal destructon und mal die brushwacker ambush pyro petters sergeant corpse john rumbling rockslide turmeric's name mysterious egg der marshal der harvester parcel beast clash of titans ein frontland felida so mit dem booster aus dem weg muss ich sagen ich bin super super froh über die leute die mitgemacht haben danke dafür es kommt immer noch weitere gewinnspiele raus jeden monat mindestens eins und dementsprechend teilnehmen lohnt sich jeder kann gewinnen als nächstes kommt dann noch eine erweiterung meines sortiments an videos mal wieder es werden wieder ein bisschen mehr ich habe auf der einen seite von ultimate guard einmal ein video gesponsert bekommen für katana sleeves das wird wahrscheinlich noch diese oder nächste woche online kommen und es hat mir die idee gegeben für eine kleine videoreihe mit 4-5 videos wo ich einfach mal ein gewisses setup an sachen zeige die eine firma zur verfügung stellt also eine inner sleeve von dragon shield eine outer sleeve von dragon shield eine triple sleeve von dragon shield wenn es die gibt ich glaube nicht ebenso bei ultimate guard kmc hat auch sowas soweit ich weiß ultra pro muss ich halt mal suchen ob ich überhaupt noch die firma noch finde da werde ich mal gucken was ich noch so finden kann und wo ich halt auch dran komme und so ein setup dann mal zu zeigen ist natürlich dann sehr interessant auch mit pros und cons weil normalerweise sollten die aufeinander abgestimmt sein ob sie das auch sind das werden wir herausfinden ansonsten kommen wie immer decktags es kommen openings es kommen booster ich bin super super glücklich darüber dass immer mehr leute den kanal finden hallo an der stelle an die und das kann ich gar nicht genug sagen wie dankbar ich dafür bin a für die leute die mir helfen b für die leute die spaß an dem channel haben die spaß an videos haben die zugucken und auch wirklich einfach die zeit mit uns verbringen wollen ansonsten bin ich jetzt mal gespannt wie lange das mit diesem ganzen wir dürfen nicht auf turniere spielen und so weiter noch dauert ich hoffe mal dass das vielleicht das letzte news video sein wird wo ich euch nicht berichten kann dass ich auf dem turnier war noch nicht mal ein fnm ergebnis sad aber das werden wir sehen ob das noch in naher zukunft wieder in die news findet in die update video findet oder nicht auch diesen monat gibt es wieder ein gewinnspiel und zwar haben wir jetzt zwei sachen dieses mal einfach nur weil ich mir dachte der channel hat jetzt die 150 überschritten da haben wir gar nicht mal so lange für gebraucht deshalb muss ich natürlich auch da ein bisschen nachlegen deshalb gibt es dieses mal zwei sachen zu gewinnen auf der einen seite wieder ein hoffentlich besseres booster und zwar habe ich hauptsache 2021 da kann sowas wie uin drin sein da kann aber auch wesentlich anderer kram drin sein wie ihr in den openings dieser woche auch sehen dürftet kann da sehr cooles zeug drin sein aber auch sehr sehr underrated stuff aber das wäre ein gewinner der zweite gewinner der gezogen wird ist wie ich ja schon gesagt habe das katana video wird kommen das sind die grünen nullen von katana die werden dann auch noch mit verlost das heißt dieses monat gibt es zwei gewinner ihr könnt euch selber für eins der beiden sachen qualifizieren indem ihr mir reinschreibt was von beiden ihr haben wollt ihr könnt auch sagen ich hätte gern beides weil ich bin gierig und kann ich verstehen würde ich wahrscheinlich auch tun aber schreibt mir rein warum ihr die sachen haben wollt was ihr damit anfangen wollt braucht ihr neue hüllen wollt ihr das neue set auspacken überlegt das sind deutsche karten nicht jeder will deutsche karten haben aber es gibt auch leute die nur deutsche karten haben wollen schreibt mir einfach rein warum ihr am gewinnspiel teilnehmen wollt ansonsten gibt es zum channel update aktuell nicht viel zu sagen und ich langweile euch mal nicht weiter mit diesem video ich habe noch andere videos mit dem ich euch langweilen kann wir sehen uns bis dahin euer blackzade ciao ciao wir sehen uns bis dahin